Der Begriff des gefährlichen Werkzeugs ist ein Fachbegriff ausschließlich des deutschen Strafrechts. Er hat bislang keine Entsprechung in den anderen deutschsprachigen Rechtsordnungen. Verwendung Ursprünglich war das gefährliche Werkzeug nur im Zusammenhang mit den Körperverletzungsdelikten im Strafgesetzbuch vorgesehen. Die Tatausführung mittels eines gefährlichen Werkzeugs qualifiziert seit 20. März 1976 gemäß dem ehedem neu geschaffenen 223 A StGB die einfache Körperverletzung zur gefährlichen Körperverletzung. Nach geltendem Recht wird dadurch der Strafrahmen von maximal 5-jähriger Freiheitsstrafe oder Geldstrafe nach 223 A B S 1 StGB auf Freiheitsstrafe zwischen 6 Monaten und 10 Jahren gemäß 224 A B S 1 Nummer 2 ohne die Möglichkeit der Geldstrafe erhöht. In meinen der schweren Fällen ist der qualifizierte Strafrahmen 3 Monate bis 5 Jahre. Mit Inkrafttreten des genannten 6. Strafrechtsänderungsgesetzes reformierte der Gesetzgeber auch die Eigentumsdelikte und führte dort unter anderem auch den Begriff des gefährlichen Werkzeugs ein. Seitdem qualifiziert nicht mehr nur das Mitführen von Schusswaffen den Diebstahl zu einem besonders bestraften Diebstahl nach 244 A B S 1 Nummer 1 A StGB, sondern es genügt auch jedes andere gefährliche Werkzeug neben Waffe. Dasselbe gilt für einen Fall des schweren Raubes nach 250 A B S 1 Nummer 1 A StGB. Darüber hinaus führt die tatsächliche Verwendung eines solchen gefährlichen Werkzeugs nach 250 A B S 2 Nummer 1 StGB zu einem schweren Raub und einem nochmals erhöhten Strafrahmen. In allen Fällen gilt, auch der subjektive Tatbestand muss für eine Verurteilung das bei sich führen bzw. Verwendung des gefährlichen Werkzeugs als solches erfassen. D. H. Der Vorsatz des Täters muss sich auf sie erstrecken. Dabei muss er zwar nicht selbst die Begrifflichkeiten als solche verstehen, der Vorsatz muss aber die zugrunde liegenden Umstände umfassen. D. H. Das StGB selbst liefert keine Legaldefinition des Begriffs. Wie auch bei anderen Normen des StGB ist der Begriff nur im Zusammenhang des jeweiligen Tatbestands zu verstehen und hat daher wegen der unterschiedlichen Schutzrichtung der Körperverletzungs- und Eigentumsdelikte keine zwingend übereinstimmende Bedeutung oder Definition. Als gefährliches Werkzeug im Sinne von 224 StGB begreift Rechtsprechung und juristische Lehre übereinstimmend jeden Körperfremden beweglichen Gegenstand, der nach seiner objektiven Beschaffenheit und der Art seiner konkreten Verwendung geeignet ist, erhebliche körperliche Verletzungen hervorzurufen. Da das Strafrecht in seiner Begrifflichkeit unabhängig von der des Zivilrechts ist, werden nach ganz herrschender Meinung Tiere auch nach Inkrafttreten des 90a als Sachen behandelt und können daher auch gefährliche Werkzeuge nach. Dieser Definition darstellen aus dem Begriff Werkzeug wird verbreitet der Schlussgezogen. Dass es sich um einen vom menschlichen Körper getrennten Gegenstand handeln muss, der auf einen anderen Willens gesteuert zu bewegt werden kann. Kein Werkzeug ist demnach etwa die Faust oder der Fuß des Täters, wohl aber der Schuh. Wobei ein Schuhwerk dann regelmäßig als gefährliches Werkzeug angesehen wird, wenn es fest ist. Ebenso wenig soll darunter ein Felsen oder eine heiße Herdplatte fallen, auf die der Täter das Opfer stößt. Eine Strafbarkeit nach 224 Abs. 1 Nr. 1 Nr. 5 StGB bleibt davon unberührt. Nicht erfasst sein sollen die ordnungs- und bestimmungsgemäß verwendeten chirurgischen Instrumente eines Arztes. Da sie gerade nicht zu Angriffs- und Verteidigungszwecken verwendet werden. Bewaffneter Diebstahl und schwerer Raub nach 244 bzw. Von dieser Definition weicht der Begriff in 244 Abs. 1 Nr. 1 A StGB und 250 Abs. 1 Nr. 1 A StGB notwendigerweise ab. Da diese Tatbestände das bloße mit sich führen als Straf schärfend genügen lassen, kann nicht auf die konkrete Verwendung abgestellt werden. In Abgrenzung zum sonstigen Werkzeug in 244 Abs. 1 Nr. 1 B StGB wird daher im Ausgangspunkt allein auf die abstrakte Gefährlichkeit abgestellt, die die Nähe zur Waffe als Sonderfall rechtfertigt. Andererseits tendiert gerade die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu einer an der Verwendung in 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB ausgerichtete Definitionsnäherung, wonach wiederum die konkrete Verwendung einzubeziehen ist. Eine abschließende allgemeingültige Definition verschließt er sich daher. Letztlich lässt sich der Begriff nur im Einzelfall umschreiben, wobei zum einen die gesetzliche Wertung als Oberbegriff zu den Waffen als auch der Umstand zu berücksichtigen sind, dass das mit sich führen diverser Gegenstände allgemein als sozial adäquat angesehen werden und daher für sich genommen noch nicht zu einer besonderen Gefahr und damit Strafwürdigkeit führen.